Yo Freunde, was geht ab? Hier ist euer Jonny Hunt. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich ein neues Restpostpaket. Das werden wir gleich zusammen auspacken. Hat 18,90 Euro gekostet bei Amazon. Link ist unten in der Beschreibung, falls es euch interessiert. Ansonsten mindestens 25 Teile sollen da drin sein. Und ich bin mal gespannt, was da drin ist. Link los, packen es aus. Let's go! Was mich hier auf jeden Fall schon wundert, ist, dass dieses Paket doch so groß ist. Okay, machen wir es auf. Zack! Oh, die Rechnung haben wir. Das ist schon mal sehr gut. Ansonsten geht es hier los. Wow! Das ist etwas richtig Geiles, glaube ich. Falls es das ist, was ich denke, dass es sein soll. Oh nein! Ich dachte gerade eben, dass es irgendwie für die Katzen war es so ein kleines Bettchen oder so. Aber das ist einfach ein Knietisch. Was ist denn Knietisch? Davon habe ich ja noch nie gehört. Komm, wir probieren das Teil noch ganz kurz aus. Erstmal hier aufreißen. Und ich sag's euch, ey. Ich dachte, das wäre irgendwie ein Katzenbett, ein Hundebett oder sowas. So sieht der aus. Aha. Das kann man hier auch noch abmachen. Okay. Ja, probieren wir das Teil aus. Anscheinend, egal wie man sitzt, egal wo man sitzt, kann man den so nehmen und dann halt so auf die Beine machen. Und dann hat man halt einfach so einen Tisch. Ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht. Wenn ihr euch jetzt irgendwie pflegt, wow. Wie hier zum Beispiel, könnt ihr das auch so euch anwinkeln, die Beine anwinkeln. Und dann könnt ihr das auch so als Tisch benutzen. Und hier irgendwas malen, zeichnen, was auch immer. Also im Großen und Ganzen. Ich habe davon noch nie gehört, wenn ich ehrlich bin. Aber gar nicht mal so übel. Krasses Teil auf jeden Fall. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Falls ja, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ja, ich würde mal sagen, das hat sich jetzt schon mal gelohnt. Also wirklich interessant. Als nächstes haben wir hier so eine Spritzwasserpistole. Habe ich euch ja schon mal vorgestellt. Das Ding ist günstig. Aber das Ding ist gut. Gut und günstig. Das kann man immer mal wieder im Sommer benutzen. Hier haben wir schon wieder diese Kunststoff-Eiswürfel. Ey, die sind gefühlt in jedem Restpostenpaket mit dabei, welches man sich bestellt. Die hatte ich jetzt schon zwei, dreimal mit dabei. Ja, kann man einfach so da reintun. Schaut euch das mal an. Wir haben hier als nächstes Kühlpads. Kann man benutzen, falls man sich irgendwo gestoßen hat oder so. Aber da sind die eher unpraktisch. Da sind diese Geldinger praktischer. Die Kantigen hier, die benutzt man normalerweise für eine Kühlbox. Eine Kühlbox habe ich jetzt nicht mehr. Meine letzte Kühlbox habe ich ja zerstört gemacht und geschaut, wie stabil die ist. Aber Kühldinger. Hier kühl... Wie nennt man die? Kühlpads nennt man die gar nicht, ne? Ach, ich weiß auch nicht. Könnte ich mir auch mal in die Kommentare schreiben, wie man die nennt. Fällt mir gerade nicht ein. Hier hinten auf der Rückseite steht es auch nicht drauf. Naja, aber kann man schon mal benutzen, ne? Hier haben wir wieder so eine komische Schere. Hatten wir auch schon mal drin. Aber ich sehe hier noch ein paar einige neue Sachen. Wie zum Beispiel Nice Day Cutter. Ein schönes dickes Cuttermesser. Cuttermesser. Holen wir das mal raus aus der Verpackung. Jawoll. Nicht schlecht. Das ist wirklich ein schönes, stabiles, dickes Cuttermesser. Das gefällt mir. Kann man immer mal gebrauchen. Ist auch hier sehr scharf, wie man sehen kann. Also das Teil, das kann man echt immer gebrauchen, um irgendwas abzuschneiden, aufzuschneiden. Wie auch immer, ne? Coole Sache. Praktisch auf jeden Fall. Okay. Was ist das für ein Teil? Geschenkbox. Oh, können wir auspacken. Und dann zusammenbasteln. Aber so wie es aussieht, ist das nicht nur eine Geschenkbox. Sondern das sind gleich mehrere Geschenkboxen. Mal gucken, ob das einfach zusammenzubasteln ist. Oh, muss ich erstmal hier aufmachen, ey. Das ist erstmal hier der erste Schritt. Aber ich denke mal, das ist mega einfach. Einfach die zusammenzubasteln. Einfach so hier. Zack. Hier unten ist es schon fertig. Und hier oben faltet man das auch einmal. Und dann kann man das richtig schön verpacken. Ja, ist eine gute Sache, ey. Ganz oft hat man es ja so, dass man irgendwas verschenkt. Und dann weiß man nicht, wie man das verpacken soll. Und so ein kleiner Karton, der eignet sich da auf jeden Fall richtig gut. Ansonsten, ich sehe hier schon noch mehr Geschenksachen. Wie zum Beispiel dieses Teil. Einmal Geschenkband. Und einmal diese kleinen Sterne, die man da drauf klebt. Ey, wisst ihr, was witzig ist? Ich klebe hier auch ganz gerne auf Johnny und Bella. Die reagieren dann echt süß. Komm, wir probieren das Ganze mal aus. Wir nehmen uns hier den da. Hoppala. Und dann kleben wir den mal auf Johnny oder Bella. Mal gucken, wen ich als erstes finde. Let's go. Oh Mann, für diesen kleinen Prank komme ich bestimmt in die Hölle. Bella, das, was ich jetzt tue, das tut mir wirklich leid. Aber ich möchte deine Reaktion sehen. Ja, guck mal, guck mal, da hinten, Bella. Da hinten ist eine Maus. Und zack. Es hängt auch viel drauf. Toll. Sie macht einfach gar nichts. Sie merkt zwar, dass da irgendwas drauf ist. Aber so wirklich stört sie das nicht anscheinend. Bella, du bist jetzt ein Geschenk. Also ein schöneres Geschenk kann ich mir gar nicht vorstellen als dich, Bella. Du süße Maus, ne? Du bist eine süße Maus. Das war's. Cooler Prank, he? Yo, Johnny. Du passt da immer noch kaum drauf. Hier, schenke ich dir. Oh, okay. Ihn scheint es anscheinend auch nicht zu interessieren. Na ja, gut gemacht, Johnny. Ich habe mir da jetzt echt voll die krasse Reaktion erhofft, weil ich kenne so Videos aus YouTube, dass da Katzen voll durchdrehen, in die Luft springen, was weiß ich, und eben lustig sind. Aber ja, Johnny und Bella, die sind echt entspannt. Schaut euch das mal an. Hier haben wir noch ein paar Servietten im Weihnachtsstil. Auch nicht schlecht. Dann haben wir hier ein Merry Christmas. Auch Weihnachtsdekoration, also Weihnachten war jetzt zwar schon, aber kann ich mir auch für nächstes Jahr aufheben, ne? Ich habe mir noch mal so ein Päckchen, was ist das? Manikür und Pedicure Set. Oh, das kann ich meiner Freundin geben. Da würde ich sie bestimmt freuen, aber erst mal schaue ich mir das an. Was das Schönes ist, ne? Vielleicht ist das ja irgendein Schrott. Oder stelle ich mal vor, als wäre was ganz anderes drin. Oh, noch einmal verpackt. Aber was ich hier drin, ist noch irgendwas, ne? Und zwar, oha, schau durch das mal an. So ein paar Aufsätze und alter, das Ding, das ist elektrisch. Ey, das sieht einfach richtig böse aus. Das sieht gar nicht aus wie so ein Pedicure Set, sondern so ein anderes Gerät, was es auch so zzzz macht. Wisst ihr, was ich meine? Ja, bestimmt weiß der ein oder andere von euch, was ich meine. Oder sieht aus wie so ein Torpedesuch. Cool, 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 cool. Als nächstes haben wir hier ein Geodreieck. Das wird wahrscheinlich nie wieder jemand brauchen, weil die Schulen für immer geschlossen bleiben. Aber das ist nicht ein normales Geodreieck, sondern ein ganz besonderes Geodreieck. Und zwar kann man das so verbieten und da passiert nichts. Das finde ich echt cool. Ich weiß gar nicht, wieso nicht alle Geodreiecks so sind. Finde ich echt richtig cool. Was haben wir denn hier noch? Wir haben hier auf jeden Fall ein paar riesige Scheren. Keine Ahnung, kann man für den Garten benutzen oder sowas. Erinnern mich irgendwie an den Arzt. Ärzte haben immer solche Scheren, oder? Boah, das sind auf jeden Fall dicke Scheren. Zwei Stück haben wir davon. Dann haben wir nochmal so eine kleine hier drin. Interessant. Hier haben wir nochmal ein bisschen Deko. Ey, das sieht auch cool aus. Schaut euch das an. Das sind einfach Kerzen, ne? Aber das sind LED-Kerzen, glaube ich. Sind das LED-Kerzen? Bestimmt sind das LED-Kerzen. Ja, ja, das sind LED-Kerzen. Ey, sieht aus einfach wie so ein Knäuel. Ja, ihr wisst, was ich meine. Dann haben wir was für den Garten. So, zwei Töpfe, die man aufhängen kann. Auch wirklich sehr, sehr cool. Da kenne ich auch eine Tante. Die wird sich bestimmt darüber freuen, was das für ein Teil. Ey, ist das ein Stempel oder ist das ein Stift? Aha. Ein Stift. Boah, so ein Stift habe ich auch noch nie gesehen, ey. Was bedeutet dieses Zeichen? Könnt ihr mir auch mal gerne in den Kommentar schreiben. Und falls ihr neu auf meinem Kanal seid, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Okay, was bietet uns die Kiste noch? Messbecher, aber nicht nur einer, sondern gleich ein ganzes Dreier-Set. Das ist auf jeden Fall auch praktisch. So Messbecher, die braucht man immer zum Kochen oder zum Backen oder zum Braten oder was weiß ich für irgendwelche andere komischen Sachen, die man damit halt so machen kann. Ja, beste Oma der Welt. Magisches Handtuch. Was ist das denn? Ey, ist das ein Handtuch? Das ist doch kein Handtuch, oder? Keine Ahnung, was man da machen soll. Anleitung, bitte entfernen Sie die Verpackung, legen Sie das magische Handtuch in warmes Wasser und sehen Sie zu, wie von Zauberhand ein 30x30cm großes Handtuch entsteht. Oha, Mann, wollen wir das mal probieren? Komm, das probieren wir mal. Wasser ist aufgefüllt. Hier habe ich das magische Handtuch. Sieht süß aus. Jetzt stecken wir es da rein. Und ich beschleunige das Ganze mal für euch hier. Mal schauen, was passieren wird. Okay, ich bin mir sicher, das wäre irgendwann von alleine aufgegangen, aber das hat jetzt schon verdammt lange gedauert. Und zwar ganz genau zwei Minuten habe ich gewartet. Ja, beste Oma der Welt steht da drauf. Ein kleines Handtuch. Oh, nicht schlecht, ey. Wie kriegen die das so klein, Mann? Alter, das muss ja mit einer Hydraulikpresse gepresst werden, in Herzform. Nicht schlecht. Nicht schlecht, der Specht. Oder eher gesagt, das Handtuch. Mal schauen, was die Überraschungskiste noch so auf Lage hat. Oh, ho, 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 ho. Oh, ho, 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 ho. Frohe Ostern. Ein paar Osterkarten. Gibt es ja gar nicht. Aber leider ist Ostern jetzt erst kürzlich vorbei. Vorbei seit ein paar Tagen. Tja, aber cool. Osterkarten kann man gebrauchen. Für nächstes Jahr werde ich jede meine Osterkarte schreiben. Diese Dinger, die waren auch dabei in den letzten Dings, ähm, in den letzten Restpostenpaketen. Ich weiß gar nicht mehr, was das ist. Schauen wir es noch mal ganz kurz an. Ich kann mich echt nicht dran erinnern, was das nochmal darstellen soll. Und, äh, sind das einfach nur irgendwelche Unterlagen? Keine Ahnung. Könnt ihr mir auch mal gerne in die Kommentare schreiben. Ich kann mich echt nicht mehr erinnern, was das sein soll. Was ist mit meinem Kopf los? Was ist mit meinem Gehirn los? Ich habe es einfach vergessen. Ich kann es gar nicht glauben, aber so ist es. So ist es. Schaut euch das an. So ein paar Zahnstocher-Teile, falls man irgendwie Käsesnacks oder so machen möchte. Und dazu haben wir hier noch einen Storch, der ein kleines Kind bringt. Also das ist bestimmt für eine Babyparty oder sowas gedacht. Okay, okay, okay. Nicht schlecht, der Storch. Was haben wir hier? Premium Fotopapier. Hier kann man sich in den Drucker schieben. Oder vielleicht kann man das auch als Klopapier benutzen, falls man kein Klopapier mehr hat. Und damit kann man seine Bilder in Premium-Qualität ausdrucken. Richtig geil. Und dann habe ich hier noch ein schönes Fotoalbum. Meine Kommunion. Okay, nicht schlecht. Hatte von euch jemand Kommunion? Also ich hatte Konfirmation, weil ich evangelisch bin. Aber, cool. Meine Kommunion. Ja, ein ganzes Fotoalbum. Dafür. Und das war es mit dem Restpostenpaket. Also ich fand, es waren auf jeden Fall einige coole Sachen dabei, die ich vorher so noch nie in meinem Leben gesehen habe. Ansonsten zwei, drei Sachen waren dabei. Die waren in den letzten Restpostenpaketen auch schon dabei. Also das Paket ist von dem gleichen Anbieter wie die anderen. Es ist jetzt nur ein Zeitraum dazwischen. Dazwischen so zwei, drei Monate oder sowas. Ihr wisst, was ich meine. Okay, Freunde. Ich würde mal sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schöne Überraschungskiste. Wir sehen uns die Tage wieder. Ich habe euch lieb. Ah ja, Johnny Hunt.